Und dann hat beim Landen der Stage 1, hat dann die Rakete plötzlich so, keine Ahnung, ein Kilometer oder so über der Landefläche, hat die dann zu trudeln begonnen, hat sich immer mehr gedreht und plötzlich haben sie den zweiten Stream dann abgedreht und haben nur noch auf die zweite Stufe gefilmt oder das Video angezeigt, damit man quasi nicht sieht, wie die Stufe 1 im Meer landet. Wobei sich der Maskitter ja dann dafür entschuldigt hat und hat dann gesagt, zukünftig werden sie immer alle Videos anzeigen lassen, egal ob positiv oder negativ. Finde ich auch gut so. Fand schon ein bisschen schade, dass auf einmal der eine Stream dann weg war und man das nicht mehr gesehen hat. So, jetzt bin ich gespannt. 98. Ich bin gespannt, was passiert, wenn er die 100 erreicht. Ob er dann aufgibt komplett. Sind da überhaupt noch irgendwelche Leute? 36 sind noch da. Ob er aufgibt komplett oder ob wir dann weißen Frieden haben. Jetzt haben wir 100. Wir können immer noch nicht die Kriegsziele durchsetzen. Wir haben aber 96 Prozent. Oh gut, das wird aber jetzt hier schwierig für uns. Jetzt müssen wir vielleicht doch vorher unsere Truppen einschicken. Also bei, ich sag mal, bei 98 schicke ich die rein, egal wie es dann hier steht. 97 haben wir jetzt, weil wenn wir 100, 100 haben, dann wird es wahrscheinlich auf weißen Frieden rauslaufen. Und bei weißen Frieden, was passiert da? Angreifer, Angreifer, Planet, Kirche zum Heiligen Tolfutius, Aluma und die Systeme. Schauen wir mal kurz raus. Ah, wahrscheinlich bekommen wir dann Karlog nicht, was richtig blöd wäre. Also wir schicken unsere Truppen rein. Auch wenn die dann mit... Wenn sie es nicht schaffen, dann werden wir die 100 Prozent sowieso erreichen. Also dann ist es eh wurscht. Ich warte noch bis 98. Mal gucken. Ich hoffe, die schaffen das dann innerhalb der 2 Prozent. 97. Immer noch. Da, 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 da. Okay, oh, 98. Wir haben 310 gegen 234. Ich probiere es jetzt einfach mal. Verwüstung 100 Prozent. So. Oh, das sieht... Oh, das geht ja dermaßen in die Hose. Wir hätten vielleicht noch einen General ausrüsten sollen. Oh, 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 oh. Die sind ganz schön stark hier. Die sind sehr stark. Die ist noch gestorben. Ein Gouverneur. Oh, was für ein toller Krieg. Shit. So, jetzt haben wir die hohe Kriegsmüdigkeit. Wir können 24... 24 Monate... ...nachdem wir hohe Kriegsmüdigkeit erreicht haben, dazu gezwungen werden, Frieden zu schließen. Ja. Das ist jetzt genau das Problem. Und wenn ich die Truppen jetzt noch bastel, wir schauen mal, wie lange die brauchen. Aber wenn wir hier unten die Truppen basteln. Quatsch. Dauert 90 Tage. 90 Tage dauert das. Jetzt pass mal auf. Er hat gesagt, 24 Monate. Drei Monate brauchen wir für eine Angriffsarmee. Das klappt halt nicht, ne? Jetzt pass auf. Wir machen mal drei. Angriffsarmeen. Lass mich. Oh. Ah, Status quo möchte er. Moment. Ne, ne, ne. So weit sind wir noch nicht, mein Lieber. Ich gehe noch nicht ganz auf. Wobei, die Wahrscheinlichkeit, dass wir... ...dass das hier noch gut ausgeht. Also richtig gut ausgeht für uns. Dass wir alles bekommen, ist sehr gering jetzt. Würde ich mal meinen. Wir schicken... ...die dann gleich mal hier rüber. In der Zwischenzeit wird hier noch weiter bombardiert. Und vielleicht sind wir dann schon bei Null. Und wir können mit einer einzelnen Armee... ...das alles hier einnehmen. Hallo Franz. Ich schau mal. Ob wir innerhalb von drei Monaten... ...die jetzt so runterbomben. Aber komplett auf Null, ne? Stabilität auf Null. Verwüstung 100%. Da ist nichts mehr los hier. Da will keiner mehr sein. Ei, ei, ei. Den Planeten wieder aufzubauen... ...stellt mir schwierig vor. So, wo sind unsere... ...Einheiten? Ach, das sehe ich hier wieder nicht, weil... ...mit der Planeten wieder nicht angezeigt wird. Ei. Wo ist er denn da oben? Ah, da ist die erste Einheit schon. Gleich mal hier rüberschicken. Wenn wir mit der kleinen 26er Einheit... ...das jetzt noch rumdrehen... ...das wäre natürlich fantastisch. ...aber ich fürchte fast... ...die Zeit reicht nicht. Wir haben noch eineinhalb Jahre... ...was haben wir denn? Invasion ist vorbei. What? Hä? Wir haben immer noch... ...144... ...122... ...so, immer noch... ...erst eine Transportflotte hier. Damit... ...die zweite ist auch da. Dann kommen wir auf... ...50... ...Punkte. Wenn die hier ist... ...dann haben wir noch... ...ungefähr ein Jahr... ...damit wir das schaffen. Äh... ...vielleicht... ...vielleicht, ne? Äh... ...in Morbid einfliegen. Ich lasse mir auch gleich mal... ...in Morbid einfliegen. Damit die gleich mal... ...startklar sind. Wir haben noch... ...470 Tage. So, und die dritte... ...Transportflotte... ...musste doch auch gleich... ...produziert sein. Oh, wenn das jetzt noch klappt... ...wenn wir das jetzt noch schaffen... ...das wäre echt ein Sieg... ...in letzter Sekunde. So, und da sind wir auch durch. In Orbit einfliegen. Und wir schauen mal... ...jetzt hat er noch... ...75. Ich würde sagen... ...wir schicken da die 50 rein... ...wenn die hier weg sind. Hier steht immer noch 26. Können wir euch gruppieren. Nein, nicht zurück. Oh, quatsch. Was ist denn jetzt? Was habe ich denn jetzt wieder ausgewählt? In Orbit. Moment. Okay. Wir haben noch... ...400 Tage. Ihre aseanische Bergbaubasis... ...haben wir wieder... ...entdeckt. Wo denn? Hier drüben. Das können wir gleich mal machen. Wäre eigentlich ein Wissenschaftler jetzt vor Ort, ne? Gut, aber wir müssen ja jetzt hier oben weitermachen. Das geht. Das geht. Das gehen wir noch hin. Knapp ein Jahr. Ein bisschen was über... ...ein Jahr haben wir noch. Ich hoffe, in einem Jahr schaffen die dann die... ...inversion. Oh, da kommt die dritte Einheit. Das heißt, wenn die hier oben weg ist... ...dann schickt man alle drei rein... ...und dann müsste das klappen. Also. Alle drei zusammen... ...landen. Habe ich den jetzt wieder ausgewählt. Armee landen. Yes! Yes! Planetary Market secured. Puh! Überbiegen und brechen. Und jetzt können wir auch die Kriegsziele 100% durchsetzen. Gut. Oh mein Gott. Was für ein Fiasko. Du hast alles so geplant, um Spannendes zu machen. Naja. Ne, eigentlich nicht. Okay, Kriegsziele durchsetzen. Heieiei. So. Ende von Kaloktora. Und wir haben jetzt die leider verloren. Daher wissen wir jetzt auch, was das... ...was da passiert, wenn wir das machen. Wir hätten hier noch ein bisschen was einnehmen müssen. Ne, wobei wir haben die eingenommen. Aber wir haben nur Ansprüche bis hierher gehabt. Hätte man eigentlich nicht machen können dann... ...also weitermachen können. Okay. Gut. Also. Erstmal wieder ein bisschen Ordnung reinbringen. Und das ganze Schlamassel. Oh, Moment mal. Jetzt wird hier in Ixum Kaloktora prima wird angezeigt. Aber Subtrock hier oben wird immer noch nicht angezeigt. Aluma wird angezeigt. Aluma wird angezeigt. Also, jetzt schauen wir mal, ob wir unsere Angriffsarmee hier reinbringen. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht geht, dass wir die landen können. Wir müssen relativ schnell eigentlich eine Verteidigungsarmee rekrutieren. Aktuell kann ich aber nur eine Angriffsarmee rekrutieren. Wie soll man denn da dann die Revolte abwenden? Boah, da ist alles kaputt gegangen jetzt. Alle Wohnungen sind kaputt gegangen. Wenigstens können wir den Gouverneur schon mal rekrutieren. Kosten für Gebäude, Distrikte, Baugeschwindigkeit. Ja, nehmen wir mal. Kann ich denn zum Beispiel auf Bavaria... Kann ich auch nur Angriffsarmeen rekrutieren? Ich denke, dass wir die Verteidigungsarmee nur über die Gebäude dann machen können. Das stelle ich mir jetzt vor. Wenn wir hier mal reingehen... ...und jetzt mal die Gebäude anschauen. Und schauen mal hier bei... Wo war denn die Polizei? Unterhalt. Vollstrecker produzieren Einigkeit, reduzieren die Kriminalität und erschaffen Verteidigungsarmeen. Ja. Also, wir werden hier gleich mal abreißen. Oh, habe ich dann... Ah, der hat schon dreimal Polizeiwachen. Deswegen hatte der so viele Verteidigungsdinger, ne? Also. Dann passt das erstmal. Wir werden... Oh, wenn ich die Gebäude jetzt abreiße. Bis 35, also bis 30. Na gut, er hat 32. Wenn ich das jetzt hier abreiße oder ersetze... Die Regierung, die brauchen wir jetzt nicht. Wir ersetzen die mit... Am besten nochmal in der Polizeiwache. Oder... Irgendwas, das die Stabilität erhöht. Aber ich glaube, sowas gibt es nicht. Bollwerk erschafft Flottenkapazität und schafft Verteidigungsarmeen. Dann machen wir das auch noch. Und hier auch. Dann können wir hier eventuell ein bisschen wieder ins Plus kommen. Ich bin gespannt, ob das jetzt hier klappt oder ob die Rebellen uns gleich mal so überrennen. Gut, also unsere Truppen, unsere Schiffe, bringen wir nach Hause zurück. Kann halt sein, dass wir hier nochmal Krieg führen müssen. Bringen wir nach Hause zurück, nach Bavaria. Zum Upgraden. Können die hier oben auch upgraden? Ach, der hat hier... Ah, hat der hier eine Schiffswerft. Ah, deswegen dann machen die gleich hier oben das Upgrade. Ist ja noch besser. Das super Klenker hingegen. Der... Der ist... Schicken wir zum Bavaria-System. In den Orbit. Damit das nicht so viel kostet. Dann... Oh Gott, oh Gott, da ist so viel Zeug jetzt hier. Handelsknoten. Payer-Station. Hier drüben. Aber noch einen Platz frei. Er hat hier lauter Handelsknoten. Das werden wir beibehalten. Genauso das Handelsunternehmen hier. Hier haben wir Ankerplätze. Müssten wir erstmal beibehalten, damit wir hier ins Plus kommen. Hier hat der Handelsknoten und Schiffswerft. Dann machen wir hier die Bisse. Das lassen wir auch. Passt schon. Okay. Das passt erstmal. So, 9 von 11 Sternbasen. Wie sieht es da handelsmäßig aus? Sehe ich da irgendwas? Das ist alles nicht verbunden. Das ist alles nicht verbunden. Na gut. Bauen müssen wir auch nichts mehr. Bei den anderen Planeten hier. Sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir haben hier zwei Arbeitslose. Und können noch ein Gebäude bauen. Er hat hier Zivilindustrie für Konsumgüter. Regierung. Ja. Holotheater ist auch ganz gut. Ich würde fast sagen, wir bauen einen Tempel. Entweder einen numistischen Schrein oder einen Tempel von uns. Priester machen aus Konsumgüter, Einigkeit, Sozialforschung, Dienstleistung. Einigkeit, Sozialforschung, Dienstleistung und Handelswertung und Dienstleistung. Wir müssen immer nur mistischen Schrein bauen. Dann Upgrade für Zivilindustrie. Und Upgrade für Legierung. Sehr gut. Dann hier oben. Ah, hier oben ist der kaputte Planet. Wir haben ja noch irgendeinen hier. Können wir noch einmal was bauen. Da sieht es ganz gut aus. Ein Arbeitsloser. Da haben wir den Schrein schon gebaut. Da haben wir auch viel zu viel Dienstleistung. Wir müssen irgendwas mit Wohnungen dann noch nehmen. Entweder die Luxusresidenzen. Aber die können wir hier auch bauen im Distrikt. Ressourcensilo. Könnte man bauen für. Ah, der ist jetzt offenbar auch anders. Der Reichsmodifikator Speicherkapazität Ressourcen plus 2000. Der gilt dann, denke ich mal, für Energy Credits und für Mineralien und für Essen. Und vielleicht für Konsumgüter auch noch. Ja, das ist überall immer 10.000 Legierungen auch. Und bei Einfluss ist es 1.000. Dann bauen wir einfach mal ein Ressourcensilo. Haben wir bisher eh noch nicht gebaut. So, das heißt überall, dass die nicht verbunden sind. Aluma wird gebaut. Da kümmern wir uns drum. Kalokotara wird auch gebaut. Molbion wird. Molbion. Hier unten können wir auch in Molbion noch was machen. Da haben wir zu wenig Wohnungen momentan. Tempel können wir upgraden. Einmal eine Wohnung bauen wir noch. Aber sonst sieht es gut aus. Und in Bavaria können wir upgraden. Auch den Tempel. Legierung. Wir werden bald in Legierung schwimmen. Und eine Wohnung müssen wir auch noch bauen. Perfekt. Gut, dann kümmern wir uns noch um die Konstruktionsschiffe. Der hier kann Bergbau machen. Bergbau und Forschung. Da können wir nämlich endlich die Zeit auch wieder laufen lassen. Der Euphüte kümmert sich um Anomalie. Wenn er es denn schafft. 720. Ja, muss er halt ein bisschen Gas geben. Gut, und dann schauen wir mal, ob wir die Stabilität hier irgendwo gewuppt bekommen. Wenn wir schnell genug die Behördendinger bauen. Was machst du denn, Euphüte? Ich habe dich doch jetzt abkommandiert. Dachte ich. Habe ich den falschen abkommandiert. Also, den Euphüte, den können wir eigentlich jetzt vergessen. Der kann ja nichts mehr tun. Der kann... Au, wir können ja hier oben weitermachen. Richtig. Wir sind ja jetzt wieder frei. Wir sind ja nicht mehr eingesperrt. Gut. Gut. Sehr gut. Sehr gut. So, Defensivabkommen schließen machen wir nicht. Wirtschaftspakt haben wir. Wir haben ja unten schon... Hat er noch irgendwo ein neues Häuschen gebaut. Wie ist denn hier mit euch? Können wir... Ah, geht leider nicht. Wirtschaftspakt will er nicht. Schade. Dass man hier keine weitere Möglichkeit hat, dass man die Meinung ein bisschen erhöht, ne? Über die Zeit wenigstens dann. Das wäre so schön. Will er nicht. Ja, die sind alle nicht so gut auf uns zu sprechen. Wann haben wir denn hier drüben? Poco von Ancient. Ein Mini-Reich, aber... Wow. Das ist doch hier... Ah, okay. Das ist ja so ein altes Reich jetzt. Deswegen. Handelsabkommen. Ah. Ah, jetzt... Die haben um einiges mehr an Zeug hier. Dunkle Materie liebt das Metall. Also wenn wir so Ressourcen, so exotische brauchen, da können wir zu denen kommen. So, wir müssen mal schauen. Wir müssen auf alle Fälle das Essen in den Griff bekommen. Und dann die Konsumgüter noch. Ich denke mal, angreifen genau ist keine gute Idee. Überwältigend. Ja, ansonsten kann uns keiner leiden. Die beiden hier. Die können uns gut leiden. Das kann sich auch wieder drehen. Wenn ein paar Tage vergehen. Gut. Mal schauen, ob hier... Upscaling complete. Ob hier dann schon mal ein bisschen... Au, ja. Verwüstung fällt auf alle Fälle. Wir haben hier... Das Holotheater ist auch kaputt gegangen. Ich würde mal sagen, wir ersetzen das gleich mal, oder? Weil die Kriminalität aktuell immer noch bei Null ist. wir ersetzen es mit irgendwas mit Essen, oder... Ih, Quatsch, Essen haben wir ja hier drüben. Irgendwas mit Konsumgüter. Zivilindustrie. Wir machen das. Okay. Ich glaube, das sieht es jetzt ganz gut aus. Können wir Entscheidungen machen, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Reduziert die Stabilität. Zufügung des Modifikators Wachstum gefördert für 120 Monate. Für 25% schnellere kostet uns 1000 Essen kostet uns das. Das sind wir aber momentan sehr... Ei, ei, ei. Erhöht die Stabilität und schafft mehr Jobs für Soldaten. Hä? Okay. Wie lange ist das denn, wenn wir hier... 120 Monate? Zehn Jahre. Aber zehn Jahre müssen wir auf alle Fälle rechnen. Wir machen das. Damit hier schnell Leute reinkommen. Wir brauchen... Wieso haben wir denn eigentlich keine Wohnungen? Wohnungen? Uns fehlen 29 Wohnungen. Wo soll man denn die herbekommen? Die Polizeiwache bietet ja keine Wohnungen. Außer Gefängniszellen wahrscheinlich. Das heißt, es wäre hier normalerweise sinnvoller, wenn wir Stadt der Zivilindustrie die Luxusresidenz bauen. Drei Wohnungen sind das nur, aber dafür noch fünf Dienstleistungen, das kommt noch dazu. Und wir haben nur noch einen Distriktplatz aktuell frei. Das liegt, denke ich mal, auch an der Verwüstung. Genau. Das heißt, sobald die Verwüstung fällt, erhalten wir auch wieder mehr Wohnungen und dann sind die Leute auch wieder glücklicher. Friedensangebot, was? So. Interessiert uns nicht. Dann, unsere Schiffe werden verbessert. Aktuell. Untertitelung im Auftrag des ZDF,